Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Thief. Wir befinden uns immer noch in einer verlassenen Bibliothek, dieser riesigen mit diesen drehbaren Treppen. Und ich muss es auch gestehen, ich habe jetzt auch dazu was angeschaut, weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Ich habe das nochmal alleine probiert, hier irgendwie weiterzukommen und ich habe das nicht geschafft. Und ich meine, das ist jetzt zwar nicht super, aber ich glaube es war... Okay, soweit war ich ja auch schon. Achso, so rumdrehen. Da rumdrehen. Da oben, da waren wir schon mal, da war dieser Golem. Ja und da habe ich mich gefragt, wie soll man da drauf kommen? Weil da ja irgendwie alles abgebrochen ist und da ging es ja nicht hoch. Und ja, ich weiß nicht, ob das der Sinn des Spiels ist. Oh nein, wirklich, ich habe mir den Fluchtweg verbaut. Oh, wirklich jetzt. Ach, scheiße ey. Ja, okay, das war... Gut, also da oben, da... Ich muss auf jeden Fall über die andere Treppe. Man hört nichts. Ich höre nichts mehr. Ah, jetzt höre ich wieder aus. Ist hier keine Musik oder so? Ist ja voll schlecht. Audio. Doch, es ist alles auf volle Kanne. Ähm, ja, scheiße, jetzt war es wieder schlecht. Äh, ja, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr. Fuck, ich habe es mir doch gerade angeschaut. Jetzt auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt hier die drehe, dann komme ich ja nicht... Ach, fuck. Wie war denn das jetzt? Guck mal ganz kurz. Ich muss da jetzt nochmal kurz... Äh, nochmal kurz darüber. Ich muss nochmal kurz was nachschauen. Ähm, da war irgendwo... Irgendwas habe ich vergessen. Kann ich da irgendwie durch? Oder bringt mir das irgendwas, hier durchzukommen? Ne. Irgendwie gar nichts. Ähm... Ja, das war es nicht. Ich wollte es einfach nochmal kurz ausprobieren. Ähm, wenn ich die hier drehe, komme ich auch nirgendwo anders hin, ne? Ne, das bringt mir nicht. Okay. Ja, gut. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass es so war. Aber ich muss ja jetzt hier dann hochkommen. Ah, wobei, halt Quatsch, ich kann ja von der anderen Seite. Und da unten. Ja, natürlich, die dreht sich ja nach unten. Denkfehler. Ich weiß gar nicht, ob man die Maus jetzt gerade hört, wenn ich hier so drehe. Und das Kabel natürlich dann so ein bisschen rumschlackert. Äh, da, 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 da. Genau, und jetzt, da, dann laufen wir hier hoch. Springen da runter. Jawohl. Und jetzt, genau, jetzt sind wir hier. Und haben hier irgendwie dieses komische... Dingsbums. Diese Treppe, wo wir letztes Mal keine Ahnung hatten. Oder ich keine Ahnung hatte. So, da oben, da kam dieses komische Golem-artige Wesen letztes Mal raus. Und jetzt, ja, genau, jetzt ist es so richtig. Glaube ich. Ja. Ähm. Jetzt hat muss ich nämlich... Ich weiß echt nicht, ob das so gewünscht ist bei dem Spiel. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt da gleich auf diese Treppe da runterspringen. Auf diese Zweiertreppe. So, Dreh, 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 Dreh. Oh, da ist so viel Logik dabei. Ja, genau, jetzt sind wir nämlich hier. Und jetzt ist der zumindest, das ich angeschaut habe, da runtergesprungen. Vielleicht ist das so gewünscht, weil rüberlaufen kann man ja nicht. Ich habe irgendwie Schiss, ey. Ich habe irgendwie Schiss, dass dieses Viech hier wieder auftaucht. Boah. Sneaky. Ich habe echt gerade Schiss. Ich bin gerade echt... Ich erinnere mich. Es ist auch so eine coole Atmosphäre irgendwie hier. So mit diesem... Auch mit diesem Nebel und Staub und es... Ah. Echt krass. Ist hier irgendwas? Nö. Nada. Äh, doch, die Truhe. Wieso wurde mir die nicht angezeigt? Oh, habe ich das Buch gefunden? Komm bitte. Nein. Ach komm, wirklich jetzt? Das Buch ist nicht da, nein. Ah, ja. Ja, jetzt sind wir hier. Okay, cool, jetzt können wir hier weiterlaufen. Die vier... Oh. Wow. What the... Wie kann er das überlebt haben? Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ach so. Entferne das Ritualbuch. Oh cool, ich kenne ja schon alle Zeichen. Ach, das stimmt, die habe ich ja vorher... Ah. Die habe ich ja vorher, äh, gesehen in der Bibliothek. Ja. Ah, und es ist natürlich wieder falsch rum. Nein. Du willst wieder verarschen. So. So. So, jawohl. Und... Nein, andere... Jetzt wird es auch egal. 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 So. Und einsetzen, bitte. Nice. Ah. Crazy stuff. Aber ich glaube irgendwie, dass ich gleich überfallen werde. Von diesem Golem-Fiech. Wetten. Wow. Okay. What? Was für Schlüssel? Ich habe das Buch. An dieser Nacht werde ich wohl noch lange... Ein altes Buch hast du vergessen. Wow. Lange. Oh. Da ist noch mehr. Oh, crazy shit. Wirklich jetzt? Oh, da stehen ja die Symbole sogar noch daneben. Oh, da drüben ist auch noch was. Hey, du hast dich nicht gedreht. Jetzt ist es weg. Shit, ey. Ja, nehmen wir auch gleich nochmal mit. Hier den Armreif. Okay, das war es jetzt. Ist da oben noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja, nö, ne? Keine Ahnung. Lassen wir uns mal fallen und... Gehen wir hier raus. Ist hier irgendwie... Kommen wir hier irgendwie wieder weiter? Oh, okay. Puh. Boah. Oh mein Gott. Okay. Cool. Sehr cool gemacht. Ja, spring mal. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Ah ja, deswegen kletter ich jetzt nach oben, um hier wieder rauszukommen. Ja, das macht in der Tat sogar Sinn. So. Gut. Jetzt müssen wir wieder da runter. Aber was ist jetzt mit diesem Golem-Fiech? Oh, wir sind jetzt woanders rausgekommen. Hier waren wir vorhin noch nicht. Oder? Oder? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn jetzt mit diesem Golem-Fiech? Oh. Okay, da drüben ist ein Wächter. Du musst mich verarschen. Nö, also willst du nicht, aber... Boah. Hier geht's ganz schön bergab. Was ist denn jetzt da hoch, oder? Nach unten. Ich glaube, ich muss nach unten, aber... Oh, wenn ich jetzt nach unten falle, ne? Und dann... ...da gar nicht hin muss, dann... ...ist es beschissen. Beschissen nicht. Ist man dann nervöser als die Feuer? Ja. Nee, ich gehe da jetzt runter. So, bin am Seil. Wir gehen da jetzt runter, runter. Oh, da drüben liegt was. Da blitzt was. Wahrscheinlich ist noch eine Münze, aber... Immerhin. Ja, immerhin eine Münze. So, und nach unten. Oh, fallen lassen. Na gut. Okidoki. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Oh, wir sind wieder... Ist das wieder der Anfang? Oh, ja, das ist wieder der Anfang. Ja, cool. Äh, ja genau, ich muss auf der Seite raus. Ja. Ah, da kann man... Oh. Jetzt sind da hinten wach. Ich glaube, ich gehe da nicht hoch. Ich glaube, ich gehe da eher... Ach, komme ich da nicht hoch? Doch, da komme ich hoch. Ja, ich gehe eher von oben rein, befeuchte dich. So. Viel Spaß im Dunkeln. So, also wir haben einen mit der Fackel und den da drüben. Ich mache erst den da hinten im Dunkeln. Muss ich nur hinkommen. Ich weiß nämlich nicht, wo der hinlatscht. Ich weiß nicht mehr, ob ich... Irgendwie hier... Hier ist niemand, Jared. War schon ziemlich lang. Jared! Eine Staube- und Bücher, ja. Hä? Aber wobei, ich musste hier... Wir könnten das an Kern nur vorbeischauen. Eigentlich will ich sie gar nicht bewusstlos schlagen. Und mich nennst du Betrüger? Ich bin dabei. Mir tut der Rücken weh. Badumts. Okay, ich habe doch Lust. Habe ich gerade so beschlossen. Und? Geld? Jawohl. Ja, wegwerfen. Verpieße dich! So, ich bin wieder weg. Vielleicht sollte ich den anderen noch ausschalten. Nicht, dass der Alarm... Schlägt. Ich verhungere. Ah. Ja, ich auch. So, komm. Wer, der dreht sich jetzt um. Alter! Alter, wirklich jetzt! Ja. Ey, ich bin ausgewichen. Ey, what the fuck? Der nimmt jetzt nicht mehr. Der macht irgendwie nichts mehr. Und ich habe mich schon wieder geduckt. Ich will nicht im Ducken kämpfen die ganze Zeit. Meine Fresse. Irgendwas hatte nicht funktioniert gerade. Aber egal, es hat noch funktioniert. Ja. Ne, weg. Weg, wegwerfen. So, wir müssen wieder da nach hinten. So. Blub. Äh. Oh, cool. Da können wir wieder nach oben. Ne, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh. Oh, oh. Habe ich noch irgendwas zu werfen? Ne, aber ich habe Haar. Oh. Ah, okay. Der hat Blunte gerochen. Ne, das glaube ich nicht. Weil ich jetzt nämlich wieder hier hochklette. Und dich dann von oben außen. Okay. Ja. Da hast du aber in der Tat recht. In der Tat. Wo bin ich nur? So. Ich habe keine Ahnung, ob ich da, ob der, welche Richtung der sich jetzt dreht. Ganz langsam schleichen. Nur, dass du mich nicht verraten kannst. Sonst hätte ich dich am Leben gelassen. Aber, ähm, ich habe jetzt irgendwie gerade da wenig Lust zu, dass du mich verrätst. Oh, da hinten steht was. Nice. Ein Wurfobjekt. Yeah, ich habe wieder ein Wurfobjekt. Oh, da. Schnell. Ich glaube, da kommen Wachen. Eine verschlossene Schublade sogar diesmal. Ah. Wow. Für vier Gold. Habe ich jetzt diesen Aufwand gemacht. Wirklich. Oh, Mann. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Okidoki. Können wir die Fackel bitte löschen? Nein. Egal. Ich muss sie nicht löschen. Wo bin ich denn? Ich weiß es nicht. Aber ja, wieder auf dem Weg nach oben und das ist auf jeden Fall wichtig. Oh. Bist du alleine? Nein, bist du nicht. Da kommt jemand. Fuck. Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, das war so klar. Boah. Ich kann gar nicht... Alter. Alter. Der eine zieht sich zurück. Okay. Töte ihn. Verdammt. Jetzt kommt der andere. Witten. Verdammt. Oh, Mann, ey. Weißt du, ich gehe da hoch. Die bewegen sich nicht. Und dann gehe ich... Dann will ich an ihnen vorbei. Und genau dann laufen sie natürlich auch runter. Jetzt hast du mich wirklich getroffen. Wirklich. Ernsthaft. Ja, das hast du verdient. Voll in die Fresse. Oh, der rutscht. Aber wie? Boah, ey. Mein Leben. Alter. Okay, ich hätte hier reingehen können. Ähm, ich weiß nicht, wo ich hin muss, ey. Ich weiß es wirklich nicht. Weil das da unten scheint. Irgendwie... Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Eigentlich muss ich ja wieder weiter nach oben. Aber es sind dann schon überall... Wächter. Ist da vorne... Ist das ein Wächter? Nee. Okay, wir haben da vorne wieder einen Wächter. Der darf mich jetzt wirklich nicht sehen. Sonst bin ich sowas von genutzt. Okay, das ist der einzige Wächter. Sieht zumindest so aus. Okay, wohin läufst du? Nee, du blickst dich nur um. Gut. Das ist doch scheiße. So geil. Das ist doch scheiße. Jetzt hocke ich hier. Ja! Kannst du dich bitte wieder umdrehen? Vielleicht schlare ich heute Nacht. Das bezweifle ich jetzt irgendwie. Ich will mich jetzt nicht an den von hinten anschleichen, wenn er sich dann wieder umdreht. Das wäre echt beschissen. So richtig beschissen, beschissen, beschissen wäre das. Wehe. Moment, du hast ein Objekt. Da hast du ein Ding dran. Ja. 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 Und du hast auch noch irgendeine Schriftrolle. Habe ich gesehen. Hast du den nicht gehabt? Nee. Hast du den nicht gehabt? Okay, gut. Dann habe ich mich verguckt. Okidoki. Okidoki. Wir sind wieder hier. Yay. Nice. So. Boah, ich habe kein Leben mehr. Wirklich nicht. Null. Ein Hit und ich bin tot. Und es wäre jetzt echt blöd, wenn es jetzt wieder so wäre. Also, dass ich schon wieder tot bin. Ja, diese zwei Wachen da haben mir so viel gezogen. Oh oh. Ganz vorsichtig. Okay. Okay. Ah, wir wechseln wieder in. Die dritte Ansicht. Wow. Scheiße, diese Teile sind aber extrem morsch. Ach du Scheiße. Okay. Wehe, wenn da drüben jetzt irgendwas ist. Ich sag's dir. Oh, wir sind fertig. Boah, da zieht er sich ins Feuer. Ich war böse. So böse. Unter dem Bett. Nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist nun etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure. Komm her zu mir. Was geht denn hier vor, General? Das reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eure ab. Er hat jetzt irgendwie so ein bisschen ein Problem, ne? Er fordert mich nicht heraus. Okay. Oh, Hallöchen. Alter, der hatte einfach mal ein Bett. Ne, tust du nicht. Aber wenn ich so wenig Leben hab, dann könntest du das schaffen. Das ist das Problem. Du musst die da ein bisschen machen. Sehr geil. Jetzt hat er den da drin echt eingesperrt. Nice. Das wirst du bereuen. Ja, jetzt warte erst mal. Du verbrennst da vielleicht. Ne, doch nicht. Okay, wir haben mega viel Gold. Mega viel. Wir müssen jetzt echt mal wieder irgendwie... Phantomjäger... Wir waren ganz wenig Phantome. Ausnutzen der Umgebung, allen anderen Mittel. Opportunist war ich jetzt diesmal. Wenigstens nicht Jäger. Keine Kills oder K.O.-Schläge gescheitert. Ach so, na dann. Ja, gut. Ich hab auch nur zwei von fünf Sammlerstücken gefunden. Bin da in dem Sinne da echt schlecht. Aber ist jetzt eigentlich auch relativ egal. Es ist ich jetzt gerade, würde ich sagen, genug. 20 Minuten. Ja, danke. Bestätigt. Wir befinden uns wieder in unserem Versteck. Und beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen durch die Straßen begeben. Ein bisschen klauen. Und, äh, ja. Wir werden da ein bisschen uns auch eindecken. So mit Drahtschere und sowas. Wir da so gebraucht haben. Ähm, ja. Bin einfach mal frohen Mutes. Und ich hoffe, ihr seid einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und, äh, hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwas da lasst. Kommentar, äh, ein Like oder natürlich ein Abo, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Das wäre super. Und, ja, ja. Danke, das hast du. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Tschüss. 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 Vielen Dank.